Wow! Alter! Ich metze euch alle weg! Alle ist hier! Hinter euch, Leute! Hinter euch! Sarathon! Er kommt nicht alle holen! Ey, ich bin der Einzige, der eine Bestie ist, oder? LOL! Er ist tot! Oh, Alter! Ja! Jetzt... Splash ich euch weg! ... Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde GTA Online mit den ganzen Bekloppten hier. Und wir haben ja heute eine besondere Challenge. Wir machen nämlich heute eine Rallye nur halt rückwärts. Die Challenge! Genau! Wir machen heute eine Challenge. Also zwei Leute sitzen halt im einen Auto jeweils und der eine muss fahren und der andere muss halt sagen, wo man lang muss. Und das wollen wir heute rückwärts machen. Ich hoffe... Ach du Scheiße, ich bin mit Dennis im Team. Yo, Dori, du Ritzen! Hallo, Dennis! Mitarbeiter Benni, der Saratza, der Patrick und der Major. Und Dennis! Hallo! Hallo! Ach du Sche... Oh Gott! Das ist bestimmt schön für die Zuschauer. Benni, hey, links! Ich bin mit dem Splasher in einem Team. Okay, Dennis, ich fahre, du musst mir angeben, ne? Oh cool! Benni, willst du fahren? Splasher Wallo ist in meinem Team. Jeder wettet auf sein Team, ja? Komm! Du bist der Fahrer! Maximal... Maximalbetrag! Okay, 10.000! Okay, Dennis! Dennis, Hand in Hand! Komm! Ach du Scheiße! Okay, pass auf! Wir drehen erst um alle, ne? Jaja, wir drehen jetzt um. Und dann zählen wir von drei runter. Ja! Und dann gehen wir alle in eine Linie erstmal. Ja, fährst du denn oder fahr ich? Du fährst! Losgeregt! Oh Gott! Ey, wie guck ich denn dauerhaft rückwärts? C! Was? C! Hallo, dreht euch doch! C! C! So! Wie Dora! Hey! C wie Computer! Ich kann aber sehen, wo ich hin muss! Ja, du bist ja dann nicht der Fahrer! Doch, ich fahre! Hey! Du fährst! Du musst doch hin! Du kannst nicht sehen, wo du hin musst! Doch! Mir wurde gerade rechts und links angezeigt! Ja, das kannst du zeigen! Ah, okay! Okay! Wenn ich es so mache, dann kannst du es sehen! Ach so, ach so! Bereit! Warte mal! Da steht doch einer noch nicht in der Linie! Der islam is with Benny! Der will den Vorsprung nicht haben! Das bin ich nicht! Der Patrick fährt! Ja, Patrick! Kein Wunder! Okay! Warte, wir müssen alle zusammen sagen! Dann ist es nämlich unfair für alle! Okay, drei auf drei! Okay! Drei! Zwei! Zwei! Eins! Go! Wo musst du denn? Geradeaus! Geradeaus! Rückwärts! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja spannend! Okay, was? Was heißt denn? Rechts! 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 Nein! Was machst du? Geradeaus! Rechts! Links! Nein! Perfekt Major! Perfekt Major! Ja, was sag ich denn? Da durch, da durch, da durch! Ja! Mega geil! Rechts! 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 Dazwischen im Flugzeug durch! Dazwischen im Flugzeug durch! Perfekt! Und jetzt links! 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 Auf dem gelben Streifen! Nein! Nein! Wir sind an einem Punkt vorbei! Rechts! Rechts! Schönen geradeaus jetzt! Megagut! Der Links! Nee, zurück! Zurück! Jetzt der Strasse folgen, Curry! Da haben wir hergekommen sind! Falls wir hergekommen sind! Links! Können wir ganz leicht links! Ja genau! Und jetzt folg denen einfach weiter! Leicht links! Ja, haben wir! Lacht links! Die kriegen wir noch! Okay einfach geradeaus! Wir müssen einen Fehler machen! Und jetzt sagt die rechts danach! Ne, folg denen einfach! Ich sag dir bescheid, wenn die einen Fehler machen! Ey Klappe! Sauber, 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 sauber. Perfekt, weiter so. Ja, das ist aber fies. Die nächste direkt rechts. Hier geht's direkt rechts. Okay, leicht rechts. Und jetzt hinten durch die Unterführung. Jo, 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 jo. Wir sind immer noch durch die Unterführung durch übrigens, Major. Jo, Mann, jetzt hat die Stückefinger. Ja, sehr gut. Ja, riecht das. Bisschen mehr rechts. Einfach mal drastisch durch. Dann leicht rechts Curry. Ihr macht jetzt einen Kick nach links. Boah, leicht rechts Curry. Ja, schön. Als Klappe-Walle, Mann. Ja, genau. Einfach genau, in die Richtung. Okay, okay, okay. Wir haben Punkte gut gemacht. Nein, wir machen das noch. Und jetzt einfach den hinterher, unter dem Flügel lang. Und jetzt? Weiter geradeaus. Warte mal, ich muss kurz was sagen. Ganz kurz, Leute. Jetzt wird die Katastrophen folgen. Der gerade aus, jetzt. Der sollte bitte abschalten. Einfach zurück, zurück, genau. Die ist der da unten im Flughafen. Also links, 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 links. Durch die Unterführung. Genau. Okay, alles klar. Okay, bleib dran, bleib dran, vor uns nicht dagegen splaschen. Und dann musst du gleich ein New Turn machen. Ja, ganz brutal links Curry, ganz brutal. Ja, jetzt schön, gerade zurück, zurück, mega. Weiter, weiter, weiter. Ja, Mann, da haben wir Punkte gut gemacht. Okay, jetzt haben wir die Runde raus. Ja, Mann, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, wie das aussieht. Weiter, Curry, die verlieren. Mehr links, mehr links, mehr links. Der Betty und der Patrick. Rechts, genau. Komplett umdrehen. Und dann wieder Flügel und den Arm durch. Leicht links, Curry, leicht links. So, oder was? Genau, und jetzt noch ein bisschen nach links. Curry, du musst drehen, Curry, du musst drehen. Vor dem Gebäude entlang einfach. Ja, schön, du machst das super, Major. Danke. So, und da müssen wir jetzt durch beim Stoppschild. So, und dann rechts nach rechts. Links, links! Oh nein, egal, alles gut. Genau, du überholst jetzt. Und links, links, links. Mega, mega Windschatten, so. Geradeaus, Curry, geradeaus. Jetzt, geradeaus einfach, bleibt geradeaus. Bleib geradeaus, bleib geradeaus. Mega-nice, genau, Curry. Jetzt ein bisschen linkser. Leicht links, Curry, gleich links. Oh mein Gott, jetzt wird's mega spannend. Oh mein Gott. Alter, Mann, was ein Duell. Das ist krass. Ja, du bist super, die werden ihn verpassen. Rechts, 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 rechts. Oh nein! Nein! Ja! Ja, 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 ja. Rechts, 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 rechts. Nein, du musst aber dann Punkt holen. Das ist zu weit, zu weit, zu weit. Hä, wo sind die denn unterwegs eigentlich, Alter? Schade, da haben wir keinen Tudel. Links, Curry, links, 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 links. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, nein. Kommi, fachst du. Die andere Landebahn. Ey, du hast doch gesagt, ich bin raus, ich bin raus. Nein, fahr doch nicht in andere Richtung. Mega-nice, wir sind mal eins. Genau da. Wir sind mal ein Flückchen dagegen. Nein, nein. Ja, 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 ja. Geradeaus, Curry, geradeaus. So, fahr geradeaus, du kleine Schampunk. Mach Waffe, mach die Stolz. Ja, ich bin von dir. Weiter, weiter. Stopp mir meinen Truht an. Und jetzt, äh, links da hinten in die Halle. Stopp mir den Truht an. Ey, die sind... Ey, die sind... Ey, habt ihr überhaupt noch eine Route? Links! Nein, 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 das ist rechts! Geradeaus, Curry. Immer der gelben Linie nach. Immer der gelben Linie. Unter dem Flügel lang. Links, links. Ey, guck mal, die haben noch... Ja, links, und jetzt sind... Nein, jetzt sind wir... Links, 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 links... Jetzt sind wir die Strecke nochmal langfahren. Wir sind durch. Nochmal? Ja, wir sind durch. Links, 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 links. Links, 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 links. Geradeaus geradeaus, geradeaus. Das ist falsch. Ja, genau. Guck mal, links, Curry links! Und jetzt umdrehen, 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 umdrehen Curry, du hast den Punkt verpasst Ja, 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 Curry Jetzt irgendwann zieh rein, easy, schade Das war mega knapp Ja, einfach geradeaus Ja, auf jeden Fall, das ist bestimmt gut Guck mal, guck mal jetzt Guck mal, das sieht aus, wenn der Patrick auf seinen Sack gucken Lich, heiß doch mal auf Ja, ja, natürlich nicht Schöne Flupper hast du da, ey Das war falsch, du bist zurück Wofür der denn? Hiß doch mal auf Es hat zu viel gekippt, der Weihnachtsmann, ey Links um das Flugzeug rum, genau Sehr schön Ja, Curry, Mann Ja, nice, ein Dream Team dort Nice Wenn ihr drauf ankommt, ne, dann ist es Intime war War das eine geile Challenge Wir sind die Erste, genau Ich finde, wir sollten das aber machen Nee, finde ich nicht Ach, kein Problem Ey, das ist echt Ja, guckt euch das an, ihr Motherfucker-Sack Schön, ey, ich guck mal Handel, Hähnchen und Handeltraut immer Vor allem mit der Maske Was hast du da eigentlich für eine Hähnchen-Maske an? Das sieht echt aus, ein bisschen wie eine Hähnchen Der ist ein Truthahn Echt? Was ein ekelhafter Truthahn, Alter Der ist knusprig-braun Ergün, Ergün, du hast das mega gut gemacht, ey Bist super reingefahren, ohne Scheiß Der Major hat richtig Skill-Beleasing Also Benni, du hast ja ziemlich versagt, ne, beim Fahren Ja, voll Ich hätte auch so versagt wie ihr Meinst du? Wollen wir einmal, äh, äh, aktualisieren machen? Ja Nein Geile Idee Geile Idee, es gibt ja viele neue Drops, ne Noch mal oder was? Aktualisieren Ach, aktualisieren Das war Courier, ja, einmachst du Ja, schade Hm Machen wir denn jetzt? Machen wir denn jetzt? Wollen wir einmal, wollen wir einmal Kopf einziehen machen? Oder ein Fallschirmsprung katastrophal Oh ja Jo Ja Aber, 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 aber nicht, nicht, nicht landen Falsche Wer am besten runterfällt Falsche Ja, dann ist halt ja noch 30 Sekunden vorbei Runterfallen kann ich nicht Nee, du, am besten so einen geilen Move machen Hä? Ja, so ein geiles, das geht Ein Dreher oder so Weißt du, du kannst das doch, du bist doch Wingsuit-Profi Klar Ich mach mal in der Freizeit nichts anderes Hast du nicht gesehen, Walle, als du im A380 saßt, bin ich an dir vorbeigeflogen Ja, ich weiß noch Es war, als wäre es gestern gewesen, wo wir da bei Mount Everest waren Mit'n Wigglesuit Wigglesuit Wigglesuit, mein Motherfucker Ey, Curry, kannst du mal kurz vorlesen, was das für eine Map ist? Ein geiler Absturz Nee, da drunter, was da drunter steht Ein geiler Absturz aus 4155 Fuß Höhe Entlang der zerfurchten Nordwand des Mount Chiliad Dann ein Gleitflug über einen obdachlosen Agar Es gibt ja neue Fallschirme Um dich daran zu erinnern, warum du jede Minute so auskostest, als sei es deine letzte Und schließlich die Landung auf einem unver- Wat? Umwerfenden Strand Um dich daran zu erinnern, warum du an der Westküste lebst Ja Kann man machen Kann man machen Ey, party, das hast du gut gemacht Danke Dafür küsst du ein Sternchen am Stempelheft Ja, geil Am Stempelheft Und einmal Hausaufgaben frei, ne? Hattet ihr früher eigentlich so ein Freundebuch? Ja, natürlich Ich hatte leider keine Freunde Da stehen leider nur drei Einzige in deinem Freundebuch Kennst du das nicht mehr? Von den Kapitalisten immer Also ich springe ja nicht vernünftig durch Tschüss Okay, wir hoffen hier nochmal den Fallschirm Wuuuuh Warte, ich probier ein paar Moves Ich probier ein paar Moves aus Ja, Curry macht den Fallschirm schon auf Wir haben nur gesagt ohne Hä? Wie ohne Ich mach den auch auf, ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Ich hab's mir anders überlegt Ach ja, jetzt auf einmal Ja, kurz vor dem Abgrund Ey, das muss man doch vorher ein bisschen absprechen Man kann doch ein paar Moves machen, so Ist doch voll geil Absprache war top Alter, das kommt mir vor wie damals im Nepal-Video Paragliding, ja? So komm ich mir gerade vor Wo wir auch die Acrobatics gemacht haben In real life Ach so Ja, war toll Habt ihr nicht gesehen, ne? Toll, super gemacht Ja, will ich auch hoffen, ne? Bist du ja, äh, Abonnent, ne? Abonnent der ersten und zweiten Stunde Ist tatsächlich so Ja, stimmt Wie die Luft hier durchläuft Der ist einer meiner ersten Abonnenten Der war, glaub ich, unter den ersten 100 oder so, ne? Ja, ich weiß noch Die Geschichte erzähl ich immer wieder gerne Medal of Honor Medal of Honor Medal of Honor Medal of Honor Wo ich gebannt wurde Die kenn ich, die Medal of Honor Die will nie mit einem in die Kiste steigen Du Die ist so ehrenhaft Ja, die Mutter vom Curry macht halt viel für Geld, ne? Boah Ja Boah, die arme Mutter So, ich hab deine ja auch beleidigt Aber das tut mir leid Das ist jetzt nicht drückt Das war gut, Curry Gestern haben wir so Curry und ich so mit Major und so Livestream gemacht Und auf einmal kommt so der Vater vom Curry Wieder vom Türkei Urlaub Nee, der war gar nicht mehr, Papa Und dann hörst du so Haben wir BINGO gemacht! BINGO! Das war nicht mein Vater BINGO? Ja Haben sie BINGO im Türkei Urlaub gemacht Haben die BINGO gespielt? Und haben sie abgeräumt? Ja klar Richtig, was haben sie denn, was haben sie denn so abgesplasht? Ich weiß nicht Der hat nur BINGO geschrien Der hat mich nur mit BINGO angeschrien Das passiert manchmal Weißt du, wenn der Vater dich nach dem Türkei Urlaub begrüßt, kommt der erstmal BINGO! Ja klar, der kommt durch meine Tür gebrochen Echt? Hat er dir dann eingetreten? Hallo, guten Tag, guten Tag BINGO! BINGO unterwegs und jetzt wirst du verprügelt Hahaha Alles, was dir... Was dir ist, wird bei mir lektubumpelt Romantik Ach, wie du bist Äh, Sarazan, wo fliegst du eigentlich hin? Ich bin hier voll am Splashen Herzlich verflogen unterwegs, der war noch beim Drive-In Hat der denn mit seinem Splashen im Rennen? Guck mal hier Komm, komm da auch noch Side of Life, Alter Wie talkst du? Der ist auf der anderen Seite vom Berg, Alter Ey, wo ist der denn unterwegs? Alter, ist doch voll nice hier Ich mach hier richtige Acrobatics Wer fliegt hier mit seinem roten... Ja, mit dem Air Force Fallschirm, bitte Bitte euch, ja? Habt ihr jetzt was cooles? Guck mal, jetzt furzt der auch noch Siehst du? Hä? Das ist scheiß Blut, ey Guck mal, ich furze Oh Gott Stell mal, wo du so einen roten... Oh, geil Oh, tut das gut Tut das gut Ich tauche jetzt eine Runde So eine rote Mehlwolke, ey Oh, schön wunderschön Das sind mal richtige, das sind mal richtige Brennstreifen Oh, ich lauf jetzt auf dem Wasser Oh 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 Oh, er kann nicht schwimmen Ich ertrinke Ich ertrinke Nie beendet Nice Warum? Warum und wieso? Ist mir nicht klar geworden Das kann ich dir nicht beantworten Wenn du bist, dann witzig Oh mein Gott Freunde, das fand ich richtig gut jetzt Das war eine tolle, das war eine mega... Ja, das war super Und der curryste Gewinner, wie kann das denn sein? Das ist, hey Leute, da zieh mir nicht ganz Biko Was? Ihr habt das wirklich beendet? Hä? Wie beendet? Achso Hä? Ihr seid da wirklich durch die Ringe geflogen? Natürlich Was seid ihr denn für... Ihr habt es ja alle nicht gecheckt, mein Gott Außer der Major Was war denn die Aufgabe? Der Major hat es gecheckt Einfach coole Stunts machen Achso Im Flight Im Flight Mode, weißt du? Im Flight Mode Downside of Life, ey Ja, Flight Mode cool Ein paar coole Stunts abuigeln Was ist hier los? Achja, komm, halt die Fresse, Dennis Okay Was haben wir vor, Freunde? Was haben wir vor? Was haben wir vor? Hä? Bestie gegen Schlitz, oder? Boah! Komm, packen wir aus da Ja, packen wir aus da Nee, reicht mir für diese Folge Nee Nee, ich hab keinen Bock mehr mit euch zu spielen Echt jetzt? Jetzt können wir von mir sind ja NX machen Was? Ach nee, wir haben ja noch voll viel Zeit Warst du ein Shorty aus da raus heute, oder was? Nee, komm, nee, komm, machen wir noch Komm, wir machen noch schnell eine Bestie gegen Schlitzi Und dann haben wir da Bestie gegen Schlitzi Bestie gegen Schlitzi Bestie gegen Schlitzer 3 Die Bestie ist zurück Und hat Begleitung mitgebracht Oh mein Gott Nur ein bunt zusammengewürfeltes Team von Schlitzern Die bis an die Zehner, die ich nicht, bewaffnet sind Hat eine Chance, sie aufzuhalten Bestien müssen alle Kontrollpunkte passieren Die Schlitzer müssen die Bestien ausschalten Nee, das ist ja wunderbar, du Da bin ich dabei Da bin ich dabei, das prima Anzeigen Sie sind wie eine Bestie, Curry? Nee Ich glaube nicht Wer ist jetzt die Bestie? Was ist das denn? Ich glaube 3 gegen 3, oder? Vieh, bitte Yo, Major Na, einer kann doch bei uns rüberkommen Ich hab ein Stückefinger Ich bin alleine hier Okay, dann komm ich rüber Ich bin bereit Komm, du meinst die Bestien, oder was? Die Bestien Der Major ist alleine Ich bin auch alleine Das ist ein Team, das sind nur die verschiedene Klassen Ey, warum seid ihr denn drei Bestien? Wollt ihr mich verarschen? Ach, das ist immer so Das gehört so Ja, ja, das ist so Wie, warum? Das geht jetzt runter mal Sind das jetzt drei gegen drei, oder was? Also, wir müssen Kontrollpunkte einsammeln Ja, ist übrigens Oh, sorry Korrekt Und ihr müsst uns abballern Da hab ich keine Lust mehr drauf Ist aber auch ein ganz neuer Modus Der während des Weihnachts-Updates 2015 von Rockstar Games publiziert wurde Das ist ja wunderbar Das sieht man auch an den Weihnachtsmützen, ne? Ja Gut beobachtet, Benni Ich seh ganz schön böse aus Ich seh ganz schön böse aus 1 Gegner-Modus Habt ihr schon Angst vor mir? Benni, ich wundere, wir haben jetzt Superkräfte, ne? Was? Was kann ich? Ach ja, ich hab ja am Anfang noch keine Knarre hier an dem Modus Kannst's atmen Doch, hab ich wohl, oder? Boah, ich bin ja voll schnell Rechte Maustaste müsst ihr drücken, oder? Alter Alter, ich bin voll langsam Okay, Jungs, komm Rechte Maustaste packen Ey, lass uns die wegblasen Was ist rechte Maustaste? Was ist mit Blasen? Du kennst dich damit aus, komm, leg los Komm Jungs, wir holen die jetzt Zeig uns wie es geht Ey, warum hab ich die dicke mit? Weck ihn auf den Tiger Zeig ihnen, dass du es kannst Wo sind die denn? Was ist mit dem Ball los, Alter? Ey, da unten ist ein Feind, ihr seht die nur nicht Guckt auf die Map Da ist ein Bestien Ich bin's nicht Da ist eine Bestie, die lag drum Boah, Alter, mit einem Knockout Kannst du nicht ersplashen Hallo Freunde, ich komm von links Alter Der Mafuyu hat aber einen ordentlichen Schlag hier Ja, der cheatet einfach hier Alter Wie immer Wie soll ich denn da hochkommen? Linke, äh, hier rechts Ey! Boah, was hat, was hat Soll ich dir helfen? Ja, und du kannst mich mit einem Schlag Was haben die diese Bestiens für einen Smash? Wow Was haben die für einen Smash, Leute? Schön, Dennis, schön, Dennis Smash Bros Wie der vor mir so abgehoben ist Der Kerl Ja, da ist der FN Mafuyu, den hol ich mir Er muss nur treffen, du kleine Schlampe Hallo, hallo Hallo Wie leiden die aus, die Sebestien? Sarraza Das kann doch nicht wahr sein Boah, Alter, komm hier Haben die mich einfach als Dreh gegeben Ich kann nichts damit machen Ja, jetzt Jetzt reicht's aber langsam Warte mal Warte mal Warte mal Muss ich glaube ich Geschütze auffahren, oder? Was hast du denn noch? Ähm Ich hab noch die Lache vom Curry im Angebot Oh, das reicht Aha Das ist gut Warte, warte mal Warte mal, komm mit Lass mal zusammen Major Wie OP ist'n das? Ihr gebt einen Schlag, wir sind tot Ja, die sind viel Overpowered Archer Das wird's crazy Ihr müsst uns halt abschießen, Freunde Ihr müsst uns abschießen Ja, klar Ihr seid zu fast Ihr seid unglaublich fast Lass mal die Kontrollpunkte liegen, Freunde Lass die mal ein bisschen Lass mal ein bisschen mit denen spielen Lass mal ein bisschen aimen Uh Lass mal ein bisschen spielen mit denen Äh, hallo Der fliegt, Alter Oh, oh, oh Jetzt hat aber echt das große Geschütz ausgepackt Das für ein Bullshit, Alter Wo sind diese kleinen Mäuse? Hey Hey Nicht die Kontrollpunkte Wir hätten zusammenbleiben müssen Ich will noch ein bisschen Ey, wie springst du so hoch? Ich will ein bisschen spielen Du musst rechte Maustaste halten, Benni Ich will spielen Muss das auf den Controller? Verdammt Ja, das weiß ich nicht Verdammt Dahinter sind wir Ja, ja, wir müssen hier runter Oh Mann Oder auf der anderen Seite lang Schauen wir uns das mal näher an Hinter euch Aha Ich bin dein Freund, tschüss Wer ist denn da unten? Da ist doch jemand irgendwo Ja, ja, ja Ah, so Komm mal da Wow, Alter Da hat er Angst gekriegt Da hat er Angst gekriegt Ne, ne, natürlich nicht Ja, Mist Hey, wo wart ihr? Wo seid ihr? Wir warten unten auf euch Wenn ihr euch traut Wir wissen natürlich genau, wo ihr seid Kreaturen der Nacht Wir warten unten auf euch Was heißt denn unten? Gute Nacht Major Hier Hier warte ich auf dich Genau hier Komm ruhig her Was? Wie kannst du entspringen? Das ist ja unverschämt Ja Alter Der leckt voll bei mir Beim Leckstein Alter Ja, wie soll man denn so kriegen, ey? Wo ist der? Wo ist der? Komm, trau dich, du Sack Trau dich, komm raus aus deinem Loch Bestie Bestie Ja Du klagenweckige Bestie Jawoll, Benni Yeah, 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 yeah Ja, super, geil Hast du super gemacht Toll, Benni, wie ein Elefant Keiner Elefant Find ich nicht gut Na ja Hat aber Spaß gemacht Ja, wir haben uns gefreut, dass wir einen Kill haben Benni hat voll die Freude Echt? Wir haben einen Kill gemacht Ja, voll übel, ey Ich will nicht mehr drüber reden Benni, du bist ein ganz toller Punkt Aber wir müssen das mit dem Springen jetzt aufnehmen Ey, ich hab dich voll mit einer Panzerfaust erwischen Du bist nicht mal tot gewesen Krass Jungs, wir machen das jetzt besser, ne? Ja, jetzt sind wir nicht direkt weg Pümpeln Jawoll Jetzt zeigen wir euch Komm, Jungs Ich muss mich kurz noch rasieren Moment Walle als Bestie jetzt, ey Da bin ich gespannt, ey Oh ja, hast du Angst, ne? Ja, wir nehmen dich genauso aus wie die nächste Walle Wie seid ihr denn so gejumpt, so krass? Ja, hör mal Ja, hör mal Guck mal hier, Major Hast du auch den Railgun? Ja, ja Aber nur einen Schuss, wir haben nur einen Schuss L2 Major ist jetzt bei uns, gell? Maji Ah, Major? Verstärkung fürs Team Warte, wenn du x gedrückt hältst, umso länger, umso höher, glaube ich Nee Ich hab das mit Leertaste Hä? Mit L2 Hä? Mit Leertaste? Mit Leertaste stand er bei mir oder Schiff? Was? Freunde Will die Schweinebraten Kommt rum dir Ey, wie kann ich uns springen? Ein paar Geschenke für euch Das müsst ihr mir sagen Du musst, ähm, achso, spielst du mit Maus? Ja Hast du du? Dann, äh, rechte Maustaste gedrückt halt, wenn du immer springen willst, und so weiter Ah, geilo Ah, ich hab auch Wir kommen Ey, ihr kriegt mich nicht, ihr seid zu low Siehste? Hab ich doch gesagt Ja, wo schießt der Torin? Da hinten Erster Checkpoint ist unser Hä, warum krieg ich das nicht hin? Alter, hört mal auf Wow Alter Ich metze euch alle weg Alle ist hier, hinter euch, Leute, hinter euch Saratau Ah, er kommt die Schneide holen Ey, ich bin der Einzige, der eine Bestie ist, oder? Nein, nein, nein Nein, ich bin auch Oh, Alter Ja Alter, der rastet aus Jetzt Splash ich euch weg Alle wegradieren Saratau Von euch los an, ey Ey, willkommen Saratau Aber erwarten mal Du willst kommen? Du willst sterben? Ey, ich kann das zum Springen immer noch nicht Alter, gibts doch nicht Ja, zeig mal Ich werde wiederkommen, mein Freund Ich komme wieder Jetzt hast du allen Grund Angst zu haben Weißt das einer mit dem Controller? Ja, L2 gedrückt halten und dann springen Ich hab kein L2 L2 Patrick, ihr könnt ihr Hilfe gebrauchen Ich bin die ganze Zeit erlangen Linke Schultertaste Hab ich nicht Natürlich hast du die Ist gut Weißt du, wir wollen dir helfen und du verarschst uns hier die ganze Zeit, ne? Das finde ich nicht in Ordnung, Patrick Das finde ich nicht gut, ne? WALLE Da ist ne Bestie Komm ruhig her, kleiner Mann PAM Wir werden nicht dein Bifteki Ihr werdet mein Bifteki Und wir werden ein Bifteki werden Boah, Alter, der zieht mich einfach um wie so ne Ja, guck mal hier Oh! Oh, alle, nice Kommt ihr an ein Bild gejumpt, ey Ja, siehste mal Ich wollte mal kurz mich konzentrieren und ein paar Skills zeigen Hab ich euch ja bewiesen jetzt Bin nämlich die beste Bestie in der Welt Wie soll ein Leben denn erleben? Boah, Alter, wieder hier vorbeigeflogen kommen Ja, dann guckt ihr Ja, und ihr ebenso, ne? Erzählt ihr mir irgendwas von was Ja, Mann! Ach, das ist doch blöd Gute Nacht, Patrick Patrick, das kann doch nicht dein Ernst sein So, aber wo haben wir jetzt in Saratza, he? Nix, Alter Alter, jumpst einfach durchs Bild, ey Ja, dann sieht er mal wie ihr das Oh, Saratza Dann seht ihr mal wie ich das gesehen hab Oh, Saratza Ey, Patrick, aber ich brauch echt Zeit Hilfe hier, ne? Patrick ist tot Die Zeit läuft uns ab Patrick, wir brauchen nicht Patrick ist tot Wie, der kann doch mitspielen, doch Nee Ist der komplett raus? Oh, den Saratza Ja, wie soll ich denn dann Ist doch voll unfair, der Fight dann Ja, warum? Du musst die Checkpoints einsammeln Ja, ihr seid aber eben drei gewesen Der ist irgendwo hier, pass auf Der Major hat irgendwie das Team gehackt Ich hab euch das Gefühl Ich hab wieder Team-Singer Wie soll ich das denn schaffen, wenn der Patrick jetzt tot ist? Das kannst du schaffen Ich glaub an dich, ich drücke ihm die Daumen Ich muss dann nicht glauben Just do it Oh Mann, ich kann mit mir springen, fuck Sei da! Nein! Wir haben ihn jetzt, oder? Nee, er lebt noch, er lebt noch Wo ist er hin? Wo ist er hin? Eigene Punktzahl 2 Boah, Alter! Ja Das war nice Ok, Benni, zusammen Wo ist er? Der ist hinten hinten bei dem Da ist er! Nein, das ist er nicht Das ist er nicht Nein! Gute Nacht! Die Verwechslung ähnlich mit einer Mama an Ende Alter, der haut trotzdem ab Wo ist er denn da? Ach, da hinten Komm, 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 komm Ich muss einfach nicht wegrasieren Wat? Ich muss einfach nicht wegrasieren Ich muss euch mal wieder Manieren beibringen scheinbar Da, 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 da Da war gerade einer Hier rechts, rechts Da, 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 da Perfekt Wo bist du? Ist irgendwo hier bei den Holzbrettern, ey Ich komm nicht holen, du Bastard Ja, jetzt holen wir ihn, jetzt holen wir ihn Hol ihn dir, Curry, Baller drauf, Curry Alter, wie viel Energie BAM! Ey, das gibts doch nicht Junge, wie, was denn los mit dem, Alter? Ja Hol doch die Checkpoints Kommt, Jungs Wenn ihr das jetzt alleine holt, ne Er ist links, links einer, links Krass Okay, links, links, links Nein! Hä? Der boxt zurück Krass Ich kann nicht mehr springen Ich kann keinen Powerjump mehr anfertigen Mann Fuck Okay, dann ist er fast down gleich Geht drauf, geht drauf Nein, der haut ab Dann hol dir einen anderen einfach Ja, ja, aber ich muss ja irgendwo Ja, hier, genau So kann ich nicht gewinnen, Patek Doch, klar Ja, klar Ja, guck mal, wie viel Energie Ah, das ist gar kein Problem Wie er lacht Jetzt, Roman Alter, es gäbe nicht Der Typ, der hat mich fünfmal schon umgehauen Ja, klar, locker Komm her Aber warten Nein, gewickt, du mieses Monster Wo ist der, wo ist der Das ist besser als du? Ich dachte, wir wären Freunde, Benjamino Der kommt jetzt hier rechts Voll spannend Das gibt's doch nicht, dass wir die ganze Zeit hier bei den Brettern vorbei rennen Na komm, jetzt haben wir dich in der Mange Jetzt haben wir dich in der Mange Nein! Jawoll! Alter Ich hab mich tapfer geschlagen Aber hast du gut gemacht Ja Nice Bin glaub ich nach einer Minute gestorben Super So Also ich muss sagen, ne Rang 94 Ja, ich bin auch im Rang gestiegen Na doch, ne Ja, ich bin gesunken Schön Zack War doch ne gute Runde War doch ne gute Runde War die beste hier Sarraza, ne Würde ich mal sagen 14 hab ich von euch weggesnatzt Natzt immer Ja, da guckt ihr aber bewundert, ne Da guckt ihr aber Wenn das nicht mal ein Like gibt ausnahmsweise statt den Dislike Für die Leute, die immer Disliken, ihr Wichser Töfte gemacht Ne, ich wünsch euch noch einen schönen Tag War eine lustige Folge Hat richtig Spaß gemacht Geiler Modus auf jeden Fall War ein bisschen unausgeglichen und unfair dann am Ende Aber klar Aber die nächste Folge Wied der Hammer Ja, die nächste Folge Wied der Hammer Hab ich auch gehört Hab ich auch gehört Boah Irgendwas erzählt ein bisschen drüber Ja, fein Modus Das wird natürlich richtig geil Also ich freu mich drauf Und ich hoffe ihr schaltet dann auch wieder ein Wenn es heißt Was auch immer Bis dann Tschüss Tschüss Na das war doch mal richtig lustig Haben wir doch ein paar Geschichten erledigt Die Rallye rückwärts Die Bestie Sarraza Und die Bestie natürlich Currywurst Dennis Und Pezet Und der Major war natürlich auch eine Bestie Und der kleine Benicio Der war natürlich auch eine Bestie Also das war ja wieder Bestialisch war das Freunde Bestialisch Naja, ich freu mich auf jeden Fall auf die nächste Episode Ja, und mal gucken was wir dann wieder machen Vielleicht ein Leben auf dem Ozean Ähm Naja, schauen wir mal Bis dann J Tucker Bis dann Bis dann Bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017